Den hier sollen die Römer gepflanzt haben. Der Baum ist mindestens 2000 Jahre alt. Was denkst du? Ich denke, dass ich nicht daran denke, zu verkaufen. Dieser Baum ist mein Leben und ihr wollt mir mein Leben nehmen. Opa! Komm runter, Alma, los! Dein Großvater ist nicht mehr da, Alma. Dein Großvater ist nicht mehr dein Großvater. Der Olivenbaum deines Großvaters war besonders. Manche gingen bis nach China, in den Mittleren Osten, nach ganz Europa, in den Vatikan. Es waren Tausende. Und, hat er gesagt, wo der Baum ist? Der Baum ist in Düsseldorf. In Düsseldorf? Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist ein LKW mit Kran und zwei freiwillige Fahrer. Was redest du da? Nein, nein, nein. Das ist sehr teuer. Nein. Und wenn ich nach Düsseldorf laufen muss, zu Fuß und ihn zurücktragen muss, ich mach's. Ach du Scheiße. Was sagst du jetzt, hä? Ihr seid spät dran, das sage ich. Loszuziehen ohne Plan ist idiotisch. Dann denk eben weiter nach. Manchmal muss man springen, mit dem Kopf voran. Deutschland. Wie groß sie sind. Und wie sie Englisch sprechen. Da muss irgendwas in ihren Würsten sein. Du hast es sehr gern, oder? Oh, nicht so wieder der Scheißbaum! Scheiße. Das ist doch unser Baum. Dein, der es hilft, es heilt die göttliche Kraft!